ja für diese kurze zeit der jetzt zu beschleunigen und dann wieder abzubremsen können sie ja machen wir müssen die zeit ja irgendwie ausnutzen aber so viel wirklich beschleunigen tun wir eh nicht, da dürfen wir schon wieder runterschalten hier der hammer man ist nur am rauf und runter schalten zumindest kann man hier ziemlich schnell auch die fahrstufen runterschalten das kommt schon das schon mal sehr zum vorteil aus bei der b a111 aber trotzdem nervt das teilweise ne da haben wir jetzt hier eine schöne position ne die mag ich nicht die mag ich auch nicht gibt es doch keine schönen mehr oder was drauf sich dies ja immer ein bisschen uncool und wie das halt so in österreich ist hupen wir vorm eingang ne von der tundel und dann sieht man ja auch da unten schon geht schön langsam aber sicher bergauf schön gemütlich die höchstgeschwindigkeit hier haben wir ja schon erreicht gehabt ne von 160 schneller wird es auf dieser tour nicht mehr wir werden halt ziemlich langsam auch durch die gegend krebsen aber ist auch egal weil wir erreichen ja da vorne auch schon wieder gleich feldkirch ist ja nur noch in acht kilometern und so wie es aussieht kommen wir ja auch fast pünktlich rein davon und ich zu viel geschwindigkeit jetzt verlieren sonst wird das wieder nichts mit der pünktlichkeit aber diese diese steigerung ist noch gar nichts ne das ist noch ein scheiß recht das ist ja das ist überhaupt nichts ist das ne was da noch kommt dann wird euch anders das sei ruhig und da wird so richtig leistung von der lokfahrende beansprucht da wird so richtig leistung von uns von der lok dann hier mit leidenschaft gezogen ja ich weiß 1 kmh noch nicht muss die pc oder geschwindigkeitsüberwachung würde das irgendwie anmerkern noch nicht mal die aber ist ja egal lassen wir den spaß haben mal der 101 so was haben wir da vorne vor signal zeigt grün wunderbar das heißt wir können jetzt auf die 140 noch ein bisschen weiter schuppern aber da vorne kommt feldkirch also machen wir die anzeige meine damen und herren wäre ich nicht kürzer feldkirch an alle fahrgäste die in feldkirch aus oder umsteigen wir danken für die reise mit der deutschen bahn und wünschen ihnen noch einen schönen tag ladies and gentlemen aber next stop ist in a few minutes feldkirch we thank you for traveling with the deutsche bahn take care and goodbye wenn wir dann ja auch so langsam mal runter bremsen kommt wahrscheinlich sowieso ein einfach signal ich glaube da habe ich auch schon mal eine gewisse gekriegt hier bei der ersten fahrt irgendwas habe ich da übersehen gehabt zu klicken meine ich so unter der 80 sind wir mal das heißt wir werden jetzt keiner mehr gewischt gekriegen hier aber da vorne kommt das signal mit 60 also fahrer dann auch nur 60 wir wollen ja keine aufs maul kriegen wir wollen ja kein gewischt kriegen irgendwie auch wenn das jetzt ein bisschen irreführend ist aber wir haben absicht ab jetzt 60 obwohl da jetzt steht da unten drin ich dürfte 110 fahren stimmt aber nicht meine damen herren der ausschieb befindet sich in fahrt richtung rechts das ist im channel man der exit is on the right side of direction of traveling lüfter ausschalten genehmigung einholen das war nämlich rott war nämlich rott oder wir müssen dahin leh und wir sind sogar pünktlich so und nach dem tunnel ist aber dann auch schon wieder zeit ne dann geht es nämlich dann nur noch bergauf dann ist nämlich soweit das was ich schon angekündigt hatte es wird hochinteressant aber jetzt muss ich gerade mal nicht sehen wo habe ich die denn jetzt hängen nicht da da sind sie doch normal wird rauchen auch meine kann ich nur zug fahren hier leider können wir das fenster nicht runter machen das ist echt problematisch leider geht das nicht so wann können wir denn hier losfahren man vier minuten ist nämlich die folge auch schon wieder vorbei und ich habe da so gut wie noch gar nichts gesehen außer ein dummes gequatsche von mir ich hoffe das hört man ja auch irgendwie so also immer versteht mich gut ich habe das jetzt mal ohne soundcheck aufgenommen natürlich unprofessionell aber was so ist jetzt geht es mir aber auch wieder besser leute der zeige ich euch das kann nämlich gar nichts als raucher nicht rauchen zu dürfen das ist so ein scheiß so türen zu bremsen raus lüfter an lüfter an abwart und jetzt kommt das interessante nämlich jetzt geht es nämlich wirklich nur noch bergauf jetzt am anfang vielleicht nicht aber da vorne geht es ja schon los mit 90 nur ja das ist noch das schnellste was wir fahren jetzt in den nächsten abschnitt das ließe sich leider oder lässt sich leider auch nicht anders regeln es geht ja nur bergauf einsprüche wohlgemerkt jetzt im moment haben wir noch zweispurig aber es geht dann nur noch einsprüche auf und das schlimmste was einem passieren kann ist wenn man dann ein signal kriegt dass er im halter warten anzeigt und man bremst da ab diesen fehler mache ich nicht da fahre ich lieber über das rote signal drüber was sowieso unlogisch ist da überhaupt so ein signal da stehen zu haben aber man weiß ja nicht ne es macht wirklich keinen sinn auf einer einspringen strecke mitten auf der strecke wo es weiter breit kein ausgleichs gibt ein vorsignal hinzustellen das eine halter warten anzeigt unlogisch wo wir dürfen jetzt sogar noch mal ein bisschen schneller fahren habe ich ja wieder bullshit erzählt aber eine zigarette wieder raus gegangen ist doch scheiße ist er aber es ist schon eine schöne landschaft guckt euch das mal an hier das ist doch mal herrlich oder leider gibt es da jetzt keine ansicht mehr seitlich das nervt teilweise so egal können wir noch mehr aufschalten was kommt dafür ein dreieck erst für die andere richtung und ich habe die begrüße noch gar nicht gemacht meine damen und herren ich begrüße auch die in völkirch zugestiegenen fahrgäste auf dem weg nach innsbruck-koppernhof im intercity 119 und der nächste planmäßige halt ist bluedance den wir voraussichtlich um 16.47 erreichen werden circa eine minute später wir wünschen eine angenehme reise ok ladies and gentlemen welcome on board on the ICR 119 to innsbruck central station our next stop is bluedance we wish you a glass and journey hier noch mal ein gastronomischer hinweis in der mitte unseres zuges im wagen 23 befindet sich unser bordbistro das mit kalten sowie auch mit warmen getränken wie auch bockwürstchen oder ja currywürstchen versorgen wird und der zug personal steht natürlich selbstverständlich gerne für fragen und wünsche offen so jetzt aber den gastronomischen hinweis auch noch mal reingebracht wobei ich mich das sowieso immer nur planieren mit den ansagen das wäre auch so ein job der ist könnte ich glaube ich würde ich glaube nicht hinkriegen und man kriegt ja keine schöne ansicht damit ich noch ein screenshot oder so machen könnte das ist echt so behämmert machen wir das so machen wir das so so offensichtlich geht es auch schon bergauf hier aber ich sehe gerade die folge ist damit auch zu ende man sieht sich in der nächsten folge also übermorgen und bis dahin alles gute ciao ciao hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer kleinen aufnahme hier in dem intercity 190 im dritten teil von der fahrrad ja wir sind zu schnell wir fahren von münster nach innsbruck fahren aber nur den streckenabschnitt von lindau nach st anton mit einer schönen alten BR 103 wir sitzen hier auch schon im steuer drin sind ja auch schon auf richtig speed drauf und da die ganze aufnahme ja circa ja gut 98 minuten geht also etwas also circa eine stunde und 40 minuten habe ich mir gedacht mache ich da so 20 minuten parts draus wobei das war auch schon mal sehen hätte ich nie machen sollen aber jetzt ist es egal sind etwas länger als die normalen es tut mir auch leid wenn ich mich da jetzt ein bisschen verschätzt habe aber da habe ich mich wirklich verregnet ich dachte es waren vier parts oder so naja vielleicht stücke ich die noch zusammen nicht dass ihr euch dann wundert ihr dass ihr ne wieso sagt er tschüss und ist gleich wieder da ne also 40 m 80 und 20 und 60 ja das war es nicht 40 minuten parts und sage ich wer ja schon blöd du er jetzt könnte mal sagen top das war also bis blöde bis bananen kopf ja da habt ihr recht also muss ich die ersten beiden teile zusammen also nicht da soll ich wundern auch weil ich jetzt ja jetzt müsste ich eigentlich jetzt könnte ich eigentlich 40 minuten ich glaube ich könnte jetzt 41 minuten einfach mal durchfahren dann passt das wieder weil sie jetzt der dritte part ist das sollte das jetzt sein ja genau dann könnte ich das so ja ich denke laut liebe leute dann sollte das eigentlich so grundlegend passen ich bin nicht zu schnell deine mutter ist zu schnell was soll der scheiß ihr ständig ich bin doch gar nicht zu schnell ist alles gut ich liebe das dieses fahrgeräusch wenn es nicht regnen würde da wäre es noch viel 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 besser aber man kann es leider nicht ändern und wenn man sich mal die landschaft hier anguckt jetzt hier aus fahrer perspektive sitzt er jetzt quasi so neben mir und macht sozusagen eine live führerstandsmitfahrt mit ne dann ist das eigentlich schon hochinteressant ne oh ich dachte schon jetzt muss ich abschalten hier weil blut ins kommt jetzt meine damen und herren wir reichen in wenigen minuten blut ins auf gleis 3 da war doch gerade ein 40er schild oder das galt nicht für mich ne ich bretter jetzt durch hier volle laute alle was geht hier da vorne ist der bahnübergang auch noch nicht unten habe ich gerade ein auto drüber fahren sehen wenn ihr es auch gesehen habt schreibt das bitte in die kommentare rein ich finde das nämlich hochinteressant hier oder sind meine augen schon so blöde dass hier überhaupt kein bahnübergang ist da ist gar keiner ich bin echt schon banale heute youtube macht mich kaputt offensichtlich ladies and gentlemen in a few minutes we are arriving blut ins we thank you for traveling with the deutsche bahn take care and goodbye auch dieses geräusch auch herrlich dieses geräusch ist einfach nur herrlich und göttlich zu schnell viel zu stark eingebremst aber man möchte ja auch von der bcp keine gewicht kriegen das wäre echt ein bisschen doof oh da haben wir halt erwarten sogar mal schauen natürlich müssen wir das wieder bestätigen ist aber klar ne ja aber das wird jetzt nicht bei dem signal sein dass es erst nach dem bahnsteig was da vorne ist das ist nämlich nur so ein rangiersignal ich weiß gar nicht warum die hier auftauchen obwohl da gar nicht wirklich lang fahren schon interessant teilweise aber sag ich doch circa eine minute später kommen wir da an weil das signal da vorne ist ja rot ne so scheiße ist das eigentlich aber zuerst meine damen und herren der ausschiebe findet sich in fahrradrichtung links ladies and gentlemen the exit is on the left side so dann bremsen wir mal ab so dann bremsen wir mal ab wiederholen da vorne und genau da werde ich auch anhalten damit ich auch sehe ob das nächste signal dann ja auch wieder fahr zeigt sonst wäre es echt ein bisschen doof so da sind wir angekommen ein blutens und so wie es aussieht hätte ich jetzt sowieso warten müssen hier also ich weiß gar nicht und der aufwand halt hier ist ohnehin auch etwas länger naja schauen wir uns das ganze mal ein bisschen von außen an können wir auch ein bisschen so rumspazieren können wir auch da mal reingehen ne ups ups ich bin zu tief ja was ist das denn ist ein abteilwagen ah ein abteilwagen guck dir das mal an ja die alten mit den mülleimern hier noch oh herrlich schön da haben wir das bordrestaurant was ich angekündigt habe da schauen wir uns natürlich auch noch mal an schön aber wo ist die bar die gibt es nicht ach die ist hier die ist aber geschlossen bar ist geschlossen nicht schlimm ganz nach hinten abteilwagen zweite klasse natürlich ist ja klar ne oh was haben wir da hinten noch da ist noch ein großraumwagen und da ist ende mit zug jetzt aber pronto wieder nach vorne wir sind spät ran ich muss wieder rein hier in die lok so das sieht ein bisschen blöde aus hier drin aber egal hier sitzen wir Tür zu ja jetzt wollen wir dann auch so langsam fahrter fahrten haben wir da sehr gut Lüfter an also dürfen wir jetzt wohl auch wieder mit 60 fahren bzb hat auch aufgehört zu blinken sehr schön also fahren wir jetzt mal weiter mit 60 ja auch noch Glück gehabt dass das jetzt umgesprungen ist ne weil ich meine jetzt geht es dann so langsam aber auch auf die einsprungstrecke dann ist das immer so eine Sache ja gerade da vorne geht es los 70 und so da sehen wir jetzt nur noch auf der einsprungstrecke dann unterwegs es wird hochinteressant werden vor allem der ausblick ist auch wunder wunderschön und wer das dass es eigentlich eine simulation ist ne ist das schon sehr sehr so gut umgesetzt muss ich sagen ne was anders kann ich gar nicht mehr zu sagen ja stell dich mal an wegen 1 kmh ey okay das ist der Hammer so das ist der Weichenbereich wir natürlich schauen dass es dann auch endlich zu Ende geht und da vorne sehen wir dann auch schon die kontinuierliche Ansteigung wollte ich eigentlich zusehen dass ich ein bisschen mit Schmackes drüber komme der Kollege der Kollege mit der 143er Deutsche S-Bahn so 70 und aufschalten weil die Geschwindigkeit die brauchen wir ihr werdet das sehen warum jetzt geht es nämlich wirklich nur noch nach oben so machen wir den Scheinwischer mal aus hier lautstark natürlich so jetzt wollen wir die Tabelle gucken 3 Kilo Newton hält das Ding aus für 15 Minuten 2,4466 ok ohne dass er es warm wird 2,4 haben wir jetzt jetzt haben wir noch ein bisschen auf so sonst sind wir nämlich zu langsam und das geht schon ordentlich steil bergauf man achtet nämlich auf die Fahrstufe die ich drin habe für 70 kmh da fließen wir gerade 212 Ampere durch hier und das geht jetzt eine ganze Ewigkeit so hoch liebe Leute aber dafür schönen Ausblick einfach nur perfekt jetzt müssen wir die Ansage machen meine Damen und Herren ich begrüße Sie recht herzlich im Intercity 119 auf dem Weg nach Innsbruck-Hauptbahnhof und der nächste Plan ist Langen am Arlberg wir wünschen eine angenehme Reise und bitte beachten Sie Sehen Sie sich die nette Umgebung hier auf dieser schönen alten einsprügenden Strecke an und wie gesagt halten Sie Ihr Bierglas fest es geht hier nämlich steil bergauf und jo Ihre Currywurst können Sie natürlich selbstverständlich auch abholen an unserem Bistro da haben wir es nämlich ich hoffe du schaltest um hier ich habe nämlich keine Lust abzubremsen hier ja das geht doch wäre ein bisschen doof ja auch wenn es nicht so aussieht wir fahren immer noch bergauf ne man kann das da unten schön in meinem ja ich sag jetzt mal Ebola sehen das ist schon hochinteressant und diese geplanten Halter die sind natürlich einigermaßen auf einer Ebene Strecke also da ist jetzt nicht so steil bergauf hier weil das wäre echt ein bisschen ärgerlich aber nutzt nichts wir müssen da hoch irgendwie und bei der ersten Fahrt habe ich total vergessen hier die Lüfter anzuschauen weil ich dachte die macht er eher automatisch an macht er auch aber nur zum Teil und dann hast du eben die Problematik dass der da drin schaut er pflegt weil zu warm aber gibt doch die Aussicht hier ja sie fahr ich weiß langsam langsamer werden ne brauchen wir nicht bremsen ja 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 wir sind doch dabei so alles kein Problem oder da sind wir jetzt am Bahnhof Bratz brems sich irgendwie auf Gratz aber ist nicht so der ist leider stillgelegt sowieso aussieht das ist kein Schwanz mehr nur noch Durchgangsverkehr da wird nur noch drauf geachtet dass man hier die Fahrspuren immer so schön einhält jetzt mal so wenn man runter fährt dann ist es ja noch okay dann ist das alles in Ordnung dann ist das wirklich perfekt kann man hier anhalten kann gemütlich wieder losrollen aber mit dem Hoffang ist das sehr ärgerlich weil du kommst nicht mehr aus dem Quark dafür hat die Lok etwas zu wenig Schub das kriegt die nicht ganz geregelt hier ja